Ich glaube, wenn Leute nach Berlin kommen wollen, den Wunsch haben, hier zu leben, ist glaube ich, dass sie das Gefühl nach Freiheit haben, das Gefühl, sich anders entwickeln zu können als in anderen Städten. Einfach weil viel mehr Vielfalt hier ist, viel mehr Lockerheit. Es ist alles nicht so gezwungen wie in anderen Städten. Und ich glaube, deswegen wollen die Leute hierher kommen. Okay.